ja ihr lieben mein name ist geert und ihr seht den rückblick das hier war vor zwei jahren mit diesem kleinen mann wie heißt du louis genau und wie alt bist du vier genau vier jahre alt und kannst du sagen lichttest genau ja und louis ist unser pflegesohn er lebt bei uns und er findet den lichttest auch schon total toll und den aufkleber den tollen aufkleber der hat dir gefallen genau und louis wird in meine fußstapfen treten und wenn du mein auto hast auch zum kostenlosen lichttest gehen ja das war der lichttest 2021 letztes jahr haben ein foto eingeschickt und ja wie heißt du und wie alt bist ja und wie alt bist du jetzt damals warst du vier jetzt bist du sechs genau und du bist auch großer fan vom lichttest ne ja der aufkleber gefällt dir ja wie ihr gesehen habt sind wir auch dieses jahr wieder beim lichttest gewesen in alter tradition und das ist der aufkleber und ja das gibt uns einfach ein sicherheitsgefühl und wir wissen alles ist in ordnung unsere scheinwerfer blenden niemanden und wir können sicher durch die kalte jahreszeit kommen von daher vielen dank an alle werkstätten die mitmachen und danke für diesen kostenlosen lichttest sehr sehr coole aktion warum fahren wir zum lichttest wie jedes jahr für unsere eigene sicherheit und für die sicherheit aller anderen verkehrsteilnehmer das ist wichtig dass wir keinen blenden dass unsere lichter optimal eingestellt sind dass alle funktionieren natürlich gibt uns und anderen das maximale sicherheitsgefühl und durch den aufkleber wissen wir es ist alles okay ja und einen großen traum habe ich ja noch ich möchte gerne nicht nur das kleine schild sondern dieses große schild auch mal halten bei einer gewinnübergabe das wäre natürlich richtig richtig cool und wir träumen vom dacia das da expression das wäre richtig cool denn dieses auto ist auch ein leasing fahrzeug was nächstes jahr wieder abgegeben werden muss also großer traum nächstes jahr mit dem dacia das da expression zum lichtes zu fahren im herbst das wäre richtig richtig cool aber auch wenn es nicht klappt wir halten euch die treue und sind garantiert nächstes jahr auch wieder in der werkstatt bei uns um die ecke zum lichttest 2024